und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever hier noch einmal von unserem Bahnhof, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, genau hier hatten wir nämlich ziemlich viel abgerissen, für unsere Hochbahn, also hier sollen nicht irgendwie die Hochbahn fahren oder so, hier sollen später einfach bloß ein Grund aufstehen, ähm, ja, dass es höher gelegen ist, okay, so, wie ich schon angekündigt, möchte ich hier ja, äh, jetzt sowas in der Art bauen, wie ein Parkplatz, dazu muss ich hier noch das Gras mal richtig gerade hinkriegen, äh, so, vielleicht, damit auch noch was halt von dort aus obwohl, hier würde vielleicht doch neue Wendeschleife hinpassen, oder? okay, noch ein paar neue Loks so, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, was würde hier denn so hinpassen was so Haltestellenartig mehr oder weniger ist, ne könnte hier ja jetzt einfach mal sowas hinlaufen, ne wenn ich das so hier drehe das ist doch eigentlich perfekt hier in den Pass, oder? boah, geht doch aah das Stück noch wieder nicht echt ätzend auch chrom und schief chrom und schief aah fast perfekt so warum? oh man Da hilft nur noch eins. Gucken. Nein, passt leider nicht. Ähm, wir vergrößern uns hier mal kurz unsere Fläche. Genau, nicht so eine Autobahn, sondern... Beispiel, schlissen. Überhaupt nicht geklappt. Ähm... Okay. Ah, noch ein bisschen. So, das sollte ausreichend ist halt. Wo will ich anfangen? Nein. Nee, auch nicht. Das sieht gar nicht so leicht so gut aus. Ich fände gerade zu... Jetzt muss ich hier perfekt so abfließen, ne? So. Jetzt haben wir's. Den Rest reißen wir hier dann gleich wieder. Lieder. Lieder. Ach, so. Dann bauen wir hier jetzt erstmal... ein bisschen aus. Das würde doch... Ja, das passt doch. Hier schon wieder so anlegen. Und jetzt können wir uns ausruhen. Hier passt eigentlich kein Parkplatz mehr hin, würde ich so sagen, ne? Übrigens, wir könnten hier ja... Ne, die passen doch nicht hin. Wir könnten hier die hier nehmen. Obwohl, ich bin doch eher für die noch mal hier oben. Oh, yeah! Oh, komm, geh weg jetzt. Müssen wir kurz erstmal warten. Das nervt mich genauso wie euch ist es wahrscheinlich. Obwohl, ne, mich nervt es wahrscheinlich mehr. So. Das sollte erstmal kurz reichen. Oh. Gut. Ne, das sieht gut... Das sieht nicht so gut aus. Na gut, wir machen das halt erstmal so. Jetzt muss ich hier drum kämpfen, dass es irgendwie abschließend ist. Machen wir es einfach mal. Äh. So. Das ist aber nicht abschließend. Äh. Ich nervt das gerade schon ein bisschen. Ähm. Dann so. Ah, jetzt geht's runter. Ja, das ist das Problem. Was ist denn, wenn ich... ...zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal die große Platte, die ich hier ansetze. Ah, dann ist das da hinten auf den Schienenkopf. Äh, das ist auch nicht so fein. Vielleicht kann ich ja hier noch ein bisschen was mit dem Kleinen... Oh nein. Das... Das war jetzt noch blöder. Ähm. Na gut, ich würde sagen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das erstmal... ...so gar nicht, uns gleich zu machen. Ähm. ...setzen wir es so hier. Okay. Dann... ...setzen wir hier jetzt erstmal weiter an. Ja. Da muss ich jetzt wirklich, äh... ...hier... ...wirklich mal... ...ganz ordentlich bauen. So. Ach, Mann. Macht jetzt auch nichts. Das sieht man nicht so. Vor allem geht er nicht. So. Okay. Das ist ordentlich abschließend. Können wir das hier auch noch fortführen. Joa. Ah, das flackert ein bisschen. Naja. Ist jetzt auch nicht weiter wild. Gucken wir mal, finden wir denn hier noch... ...so ne Sachen. Ah. Ja, wir könnten hier so ne... ...Undzelle hinsetzen. Beispiel. Noch eine von der Telekom. Ne, die setzen wir mal hier hinten hin. Vorbei. Die müssen wir noch drehen. Gehen wir einmal. Och, Mann. Jetzt ausgerechnet ein Autosave, ja? So, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So, passt das. Okay. Dann, was haben wir noch so schickes? Haben wir hier unten noch irgendwas? Oh, ja, so ne... So was hier wäre eigentlich ganz cool. Hier so hinzusetzen. Ah, da brauchen wir erstmal den Kiosk. Genau. Den nehmen wir... ...hier jetzt nämlich mal hin. ...hier jetzt mal hinzusetzen, oder? Okay, dann nehmen wir dann doch noch mal ein paar Platten als Unterlage. Ist ja gut. Ähm, was nehmen wir denn so schickes für... Ja, ne, mal hier so... ...so was zum Beispiel könnte auch hier entfassen, oder? Hä? Muss ich jetzt wieder den ganzen Platz einsauchen, oder was? Oder was? Oh, das ist doch... ...das ist jetzt nicht so viel. Na gut, nehmen wir dann so. Das reicht auch eigentlich schon, fast so. Bis hier irgendwo würde ich noch mitgehen. Okay. Und dann setzen wir da mal... Warte mal, wo war'n das? Äh, das war hier drunter, glaub' ich, ne? Ne, ein Schiff wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich wollte hier... ...so was... Ne, nehmen wir mal lieber den. Oh, vielleicht noch ein Tisch. So drunter. Ne. Weil, ne, äh, Bänke fänd' ich eigentlich ganz schick hier noch. So. Die machen hier so ein richtiges Paradies draus, wa? Haha. So. Vielleicht auch da noch eine Bank. Und hier, die erste ist so ein bisschen verrutscht. Leider. So, okay, den Rest kann ich nicht mehr gebrauchen. Und dann nehmen wir uns hier mal... So, das ist so die hier. So an die Ecke. Weil hier so ein bisschen verdecken. ...komm, weitersetzen. So, hier das gleiche jetzt. Da, wo was hinpasst, da kann noch was hin. Äh, das ist jetzt ein bisschen verrutscht. So. Ja, genau, der Abriss kostet was, aber das Hinsetzen nicht. Oder was? Das ist ja... Du bezocke. Okay, der Busch hier ist mir eigentlich ein bisschen zu hoch geworden. Oh, yeah! Ach, Mann, das ist doch nervig. Ah, komm. Auch ran hier. Okay, und jetzt können wir hier noch... Die sind mir zu hoch. Die sind mir auch zu hoch. Hier ist es nicht genau richtig. Okay, den setzen wir hier hinten hin. Okay, der Brom hier ist ganz ehrlich zu hoch. So, und den hier noch. Okay. Das wäre dann jetzt alles. Ja. Damit wäre die Seite hier drüben fertig. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch was Schrieks auf die linken Seite machen, ne? Wir passen mal erstmal hier das Geländer wieder an, ne? Das ist erstmal eine gute Idee. So, ich würde sagen, da machen wir als erstes hier erstmal. Ah, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Hier ist ordentlich gut zu passen. Ich glaube, da brauchst du kurz eine Straße vorher. Ja. So, jetzt würde ich schon kurz. So. Genau. Hier nehme ich jetzt so ein... Hier brauchen wir nämlich jetzt... Noch ein kleines bisschen was an Straße. Boah, das ist alles eng hier. Ziemlich eng. Zu eng. Das reicht auch schon. Nein! Nein, 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 nein! Warum? Ist doch... Ja, das ist echt mies jetzt. Das ist wirklich echt... Ne. Unter aller Sau ist das. Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich das nicht set... Kann ich ja gar nicht mehr verwenden. Warum kann ich das jetzt nicht verwenden? Oh, toll. Ganz, ganz großartig. Tolle Leisker. Okay. Warum ist da eine Brücke? Scheiß drauf. Kommt jetzt eh alles weg hier. So. Dann nehmen wir uns jetzt das große Werkzeug hier. Arbeiten hier ein bisschen dran. Okay, das sieht auch blöde aus. So, hier ist ein bisschen runter schon mal. Okay. Das hier wird komplizierter. Oh, Mann. Hab ich das jetzt ernsthaft mal da dran gebaut? Oh, das ist... Das ist eine Fliegelei. Okay. Ist hier eine Kante in der Strasse? Das sieht irgendwie so aus. Jetzt machen wir jetzt noch gerade die Strasse. Also nicht. Ist auch nicht. So auch nicht. So. So hier ja. Nein! Nein! So, da hab ich glaube ich angesetzt, ja. Ha, passt. Hat funktioniert. Jetzt funktioniert mir das raus so nicht, ja. Okay, das hat funktioniert. Das ist halt. Ja. So, dann setzen wir hier jetzt auch noch so einen Wolkenpfeiler die Hände. Ich will meine Wolkenpfeiler hier drin haben. Okay, jetzt kann ich die hier auch wieder verwenden. Sehr schön. So. Wieso ist das jetzt mal anders? Kann mir das mal einer verraten? Ich verstehe es ernsthaft nicht. Guck mal, jetzt ist das ja vorher komplett anders. Ich möchte hier jetzt erst mal eine Radien her. Ha. So. Ich möchte hier jetzt erst mal eine Strasse langziehen, damit ich hier erst mal das Bälle wegkriege. Ich möchte hier jetzt mal eine Strasse langziehen, damit ich jetzt mal die Gelbe, äh, die Gelbe, äh, die Gelbe, was ich jetzt vorschlagen habe. Oh, die sind ja gar nicht so, wie ich eigentlich will. Ach, wir lassen das so vor, oder? Ich habe hier vorhin eigentlich keine Lust, das so zu machen. Weil, wenn wir das jetzt hier alles so runterziehen mussten, da habe ich keine Lust drauf. Ja, ich weiß, ich bin faul. Gebe ich sogar zu. Okay, das können wir hier so ransetzen. Dann könnten wir hier eine Verbindung einbauen. Und das setzen wir hier hin, so ran. Joa. Äh. Okay, das machen wir lieber mal so. Nehmen wir das hier so. Ja. Doch, doch, das passt so. Oh, die Straße, ich brauche mich nicht mehr anreißen. Denn das muss ich jetzt hier noch ausgleichen. Das sieht so blöd aus. Okay, so. Ja. Hier wieder so ein bisschen Gefliegel. Dann hier vorne noch mal. So, das passt so. So. Ja. Dann mach ich hier jetzt das noch richtig. Genau so schön. Dass man wirklich hier die Mauer hat. Ich kann es natürlich auch noch mal mit einer Straßensversuchung. Aber das ist halt doch weggefliegel. Eigentlich. Das funktioniert nämlich nicht. Was für ein Scheißdreck. Ne. Jetzt. Ha. Hat aber irgendwie nichts gebraucht. Na gut. Also. Wir verwenden dann doch lieber hier diese Sachen. Okay. Und dann wäre die Folge auch gleich wieder vorbei. Sogar schon. Ja. Wir haben richtig viel geschafft für diese Folge. Na gut. Also Beilung hier. Dann. Ich mach jetzt noch die Dämme fertig. Und dann. Brauchen wir in der nächsten Folge. Nämlich dann die Strecke zu Ende. Mit Schülbau. Und das machen wir dann vielleicht erst im Nachhinein. Weil. Ja. Mal gucken. Ob ich dazu da Lust hab. Weil. Wir müssen dafür natürlich wieder Zeit opfern und alles. Ja. Also. Ich würde erst mal sagen. Obwohl. Wir passen sie noch wirklich an. Mal gucken. Ach. Ich setze hier mal noch ein paar Bäumchen. Dann sieht das alles nicht so gut aus. So. Okay. Das sieht besser aus. Ja. Also. Dann. Verabschiede ich mich schon mal. Ich mach das jetzt offline noch. Dann könnt ich das. Dann noch sehen. Äh. Ne. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. So. Äh. Genau. Das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich hiermit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge. machen wir als man die Linie fährt. Dann kommt hier der Parkplatz hin. Und ja. Dann geht's noch weiter. Ähm. Ja. Okay. Das. Diese kleine Karte. Die sieht man ja eigentlich nicht. Wenn wir vor allem auch nicht in Vorbeifahren. Also. Dann. Bis zur nächsten Folge. Ohne Lenk. Dann hoffentlich. Bis dahin. Wartet mal. Wir machen mal kurz. Na bessere. Wir machen das mal besser kurz. Äh. So. Okay. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und ciao. 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 Vielen Dank.